Willkommen zu Part Lasst mich nicht lügen 3 oder 4 Ich glaub eher 3 ist es Wer den letzten Part nicht gesehen hat Der sollte sich den angucken Weil da haben wir entschieden Dass wir in die andere Welt Ziehen wo ich schon hier ein Haus hatte Und Leute Ja gut Und ich weiß man konnte Auf den letzten Part wo kein Licht War nicht so viel sehen aber ich konnte Auch nicht viel mehr sehen Und besser krieg ich das mit der Quali auch nicht hin Ich bin ja auch ein Anfänger Also ihr müsst es aushalten Wenigstens konntet ihr Meine Stimme hören Ich hab jetzt rausgefunden woran es lag Ja gut Und jetzt gucken wir hier nach einer Höhle Weil das wär schon cool Kann auch sein dass ich Wenn wir eine Droh finden Die ein oder andere geöffnet habe Und ja wir gehen jetzt hier hinunter Und es tut mir leid Weil auf dem ersten Part Weil ich kein Ton Und jetzt ähm Wie gesagt ich bin nur ein Anfänger Und so oh hier war ich schon Also hier könnten schon Drohnen offen Welche sein die schon Aufgemacht hab Ich hoffe das stört euch nicht Ja und jetzt werfen wir hier mal hier Licht Ja wir können mit Licht werfen Sehr lustig Ähm dann baue ich mich mal da hoch Entschuldigung für die Stimme Aber ich bin etwas erkältet Ich weiß damit so ein Oh ne Droh im Moment Hey Noch ein Blas Oh Granaten Flaschen Silber Glasrohr Und das Gut dann wollen wir uns jetzt eine Werkbank Und einen Hammer mitnehmen Ach ne wir haben ja einen Stimmt wir haben hier im allerersten Part Einen Hammer gemacht Gut dann nehmen wir jetzt die Drohne mit Und erkunden die Höhle weiter Ja das wird toll Und ich find's auch richtig toll Dass ich das auf Youtube geschafft hab Mich anzumelden Weil es gab da so Probleme Aber ich hab's ja geschafft Seht ihr ja Ja wir können noch zwei Minuten aufnehmen Wir werden für die nächsten Parts Diese Höhle erkunden Ja Und verdammt Ja Und ich weiß nicht ob der Part hier noch Heute hochkommt Wenn ja dann Wär's schön Aber ich Kann es nicht genau sagen Und ich glaub was die Höhle ist schon zu Ende Ja und noch Ich kann noch tolle zwei Minuten aufnehmen Ja ich kann halt nur fünf Weil sonst lädt das Dauert das Hochladen eine halbe Ewigkeit Und ich bin grad so doof zum Springen Mit dem Enterhaken ist dann alles leichter Ja es gibt einen Enterhaken Die macht man aus Haken und die kriegt man von Skeletten Und ich weiß man braucht auch noch ne Eisenkette Wer sich fragt mit welchem Programm ich aufnehme Ich benutze Frips Und das ist doof Dass ich hier reingefallen bin Weil jetzt muss ich das Ab Bauen Und jetzt mich wieder hochbauen Ja mit ner Eiche Wie schlau So Noch eine Minute können wir aufnehmen Entschuldigung Was Ich weiß nicht grad wer das ist Könnte der Guide sein oder so Ich weiß nicht Ähm Sorry wenn ich so abrupt abbrechen muss Manchmal aber es geht halt nicht anders Und die Hülle ist hier schon zu Ende Das ist schade Wir werden dann im nächsten Part Äh die Welt weiter erkunden Ja und in diesem Können wir auch nochmal an die Oberfläche gehen Ja Ist leider nicht mehr lange Ich kann halt nur fünf Minuten Parts aufnehmen Und wie gesagt Wenn ihr wisst Wie man Andere Konsolen mit guter Quali abfilmen Könnt Oder Ein gutes Kostenloses Renderprogramm Oder sowas habt Schreibt es in die Comments Und schickt mir Wenn ihr es habt Am besten den Link Und ich werde für den nächsten Part Ne es wird ja dann eh Werd ich ja eh am Spawnpoint landen Und ich beende die Aufnahme Schon mal Tsch